Wirtschaft TV war bei der Premiere der dritten Staffel von Berater Leben auf der Überholspur in Hamburg dabei. Es gibt tolle interessante Geschichten zu erzählen im deutschsprachigen Raum und dazu fühlen wir uns verpflichtet in dieser Nische eben ein Produkt zu liefern. Für mich ein sehr interessanter Einblick mal, einfach mal was völlig anderes, alleine auch aus dem Grund, weil die Firmen, die da gezeigt wurden, die gibt es tatsächlich auch in der Realität. Alle Cases, die gezeigt wurden, sind sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant. Man kann definitiv auch was davon lernen, ja. Das war schon eine kompakte Darstellung und so findet es auch wirklich immer statt. Also dieser ganze Stress, den man da sieht, das ist dieser Alltag. Mir gefällt auch das Format, dass es halt kurz und knackig ist und immer amüsant bleibt und authentisch. Was ist die Gleichแ�이sten? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ihr明